Hallo Carlos, das hier wird eine kleine VA für dich, für deinen Kanal Karl Heger, anlässlich deiner 2000 Abos. Untertitelung des ZDF, 2020 2000 ist natürlich schon eine ordentliche Zahl, ich schaue immer wieder gerne in deinen Kanal rein, mir gefallen deine kleinen Touren, auch größere Touren auf deinen Hausberg, ganz wunderbar und viele von deinen kleinen Tipps, die habe ich mir schon abgeguckt, also die kleinen Knoten, die du da immer vorgestellt hast, diesen Schmetterlingsknoten beispielsweise, also top, den werde ich mir auf jeden Fall merken und bestimmt das ein oder andere Mal werde ich den auch mal anwenden können. Gut, jetzt kommen wir zu deiner Challenge, du hast uns gebeten, draußen etwas zu kochen. Ich bin jetzt nicht so der Buschkräfter, wie du ja weißt, ich bin mehr so der Bergwanderer, der Klettersteigler, aber ich möchte mir das natürlich nicht nehmen lassen, für dich eine kleine VA zu drehen und ich werde jetzt nichts Spektakuläres machen, nichts Besonderes, keine Kochshow hier draußen im Busch, sondern, ja, lass dich einfach überraschen. Ja, keine große Sache, einfach nur rein in den Topf, aufwärmen und als Zwischenmahlzeit, gar nicht so verkehrt. Ein Erbsen-Eintopf mit Würstchen gibt es heute. Ein Erbsen-Eintopf mit Würstchen gibt es heute. und ich werde den Beltbad mit Würstchen geben, und ich würde mich wirklich sagen, ich hätte meinen, dass wir hier nicht so interessieren, dann bist du diesem Tor scoren, ich finde diese Teig und Lage, das ist es so, dass wir hier nicht mit Würstchen gibt es heute. Ich mache mir an, zack, dann probierst du Dich und ich mal anders, dann wurde es heute Abend-Eintopf-Wärtschen. Wir machen das ganze Richtung und ja, dann, ich finde ich noch ein bisschen wie es péri an, Ich macheío mit Wärtschen-Eintopf. Das ist so, ich könnte cursed sein, bis heute die Dich MD-2017 und ich habe etwas gebeten, das ist aber auch nicht. Ja, Carlos, jetzt brutschelt das noch ein bisschen vor sich hin, beziehungsweise jetzt wird es erwärmt und in ein paar Minuten sollte es soweit sein. Ja, Carlos, ein paar Minuten noch, dann werde ich mir das hier schmecken lassen und wie gesagt, dein Kanal, deine Touren auf dem kleinen Hausberg da bei dir ganz wunderbar anzuschauen. Ich schaue da immer wieder ganz gerne rein und ja, schön, dass ich dich hier gefunden habe bei YouTube. Kalt, zur Not ging es kalt auch. Ja, also heute hier bei dem schönen Wetter, Carlos, das macht mir wieder richtig Spaß und ich freue mich extrem auf den Sommer, wenn auch für mich wieder die Saison beginnt und ich raus kann. In die Berge und ja, meine Touren machen kann und ja, wie du weißt, haben wir ja dieses Jahr eine größere Hütten-Tour geplant in den Dolomiten. Das wird auch total super, also ich freue mich da extrem drauf und da wird das ein oder andere Video auch von den Vorbereitungen mit Sicherheit auch noch kommen. Ich glaube, es ist soweit. Ja, das Gute daran ist das Gute darin. Ja, Carlos, zum Wohl oder guten Appetit besser gesagt und schöne Grüße zu dir nach Österreich. Carlos, jetzt noch mal einen Kaffee als Nachtisch. Ja, Carlos, und als Nachtisch darf natürlich der obligatorische Kaffee nicht fehlen. Dazu nutze ich heute erstmalig meinen Tatonka-Becher. Vielen Dank nochmal Hias für den Gewinn. Prost! Auf dein Wohl! Boah, herrlich so ein Kaffee hier draußen. Da bekommt man richtig Lust. Da hat mir tierisch Spaß gemacht heute für dich. Kleine V.A. zu drehen und das Wetter hat auch mitgespielt. Da bist du nett, Carlos. Wir sehen uns. Ich freue mich auf deine neuen Videos. Bis dahin. Tschüss, ciao. Roland auf den Pod. Mitgesin. 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 Das ist es.